Nur eine einzige Waldbeere gibt euch 10 Minuten lang 50% mehr Ausdauer. Seht ihr Fische im Wasser, ist dieses nicht verseucht. Rennt ein Tier verwundet weg, hinterlässt es Blutspuren, welche ihr analysieren könnt, um es zu verfolgen. Lasst unnütze Gegenstände nicht einfach in der Kiste verrotten, stellt lieber Gegenstände daraus her, das gibt ordentlich XP. Verschrottet ihr Gegenstände, erhaltet ihr 50% der Materialien zurück, bei unrunden Summen wird abgerundet. Craftet ihr Gegenstände in der Nähe eines Lagerfeuers, erhaltet ihr mehr XP. Stellt keine Lagerfeuern, Holz- oder Strohhütten auf, wenn ihr nicht wollt, das alles abfackelt. Je höher das Level eines Tieres, desto mehr Erfahrung. Keine Hütte in der Nähe und ein Sturm zieht auf, schlagt euch einfach eine Höhle aus einem Stein, die bietet zumindest auch erstmal etwas Schutz. Schafft ihr die Mission nicht in der vorgegebenen Zeit, fliegt das Landungsschiff ohne euch los und euer Charakter ist somit Schrott und ihr müsst ihn löschen. Wollt ihr keine weiteren Tipps und Tricks Videos verpassen, dann bleibt doch gerne mit einem kostenlosen Abo dabei, würde mich sehr sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!